Herzlich Willkommen bei Aaron liest heute mit Hermann Hesses Narziss und Goldmund. Die Erzählung beginnt mit der Ankunft des jungen Schülers Goldmund an der Klosterschule in Maria Bronn. Goldmund ist ein Draufgänger und ein Gefühlsmensch. Er freundet sich mit dem Novizen Narziss an, der sich schon im Jugendalter dem geistlichen Leben voll und ganz verschrieben hat. Die beiden verspüren eine tiefe freundschaftliche Verbundenheit zueinander, auch wenn sie schnell feststellen, dass sie ganz unterschiedliche Charaktere sind. Eines Tages macht Goldmund bei einem Ausflug beim Kräutersammeln seine ersten erotischen Erfahrungen mit einer Zigeunerfrau, die ihn auf einem Feldweg verführt. Goldmund kehrt völlig verändert und fasziniert zu Narziss zurück und gesteht ihm, dass er die Klosterschule verlassen muss, um seinem Trieb nach Freiheit und Selbstbestimmung zu folgen. Goldmund verlässt Maria Bronn also und wandert völlig auf sich allein gestellt los. Den Großteil der Erzählung folgt der Leser jetzt also. Goldmund, der schweift durch die deutschen Landen und macht viele Erfahrungen. Er wird zu einem rastlosen Rumtreiber und entdeckt seine Natur als Lebemann. Er wandert und reitet von Dorf zu Dorf und Stadt zu Stadt. Er hat viele Liebespartner, er entdeckt seine rhetorische Begabung und kann Menschen leicht um die Finger wickeln. Er schlägt sich ebenso durch, wie man so schön sagt. Er spürt eine tiefe Verbundenheit zur Natur, zur Landschaft, zu den Tages- und Jahreszeiten und seine impulsive Art bringt Goldmund auch immer wieder in die Bredouille. So muss er auch aus Notwehr zweimal töten. Nach einer jahrelangen Reise der Selbsterfahrung mit vielen Höhen und Tiefen landet er schließlich in einem Kerker, weil er mit der Gemahlin eines Stadthalters erwischt wird. Zum Tode am Galgen verurteilt, plant Goldmund in dem dunklen Kerker seine Flucht. Am nächsten Tag besucht ihn ein Geistlicher im Kerker, der ihm noch einmal eine letzte Beichte abnehmen soll. Und dieser Geistliche ist Narziss, der ihn bei dem Stadthalter freigekauft hat. Die beiden reiten zurück nach Maria Bronn, wo Goldmund als Künstler für seine ehemalige Klosterschule angestellt wird und erneut entfacht eine innige und liebende Freundschaft zwischen den beiden, die sich jeweils nie vergessen haben. Goldmund und Narziss sind inzwischen im höheren Alter und nach einer starken Verletzung liegt Goldmund im Sterben. Er beichtet Narziss, dass er nicht mehr an Gott glaube. Er geht dem Tod allerdings zuversichtlich entgegen und ist mit ihm im Einklang mit sich selbst und der Natur, weil er seinen Frieden gefunden hat. Das Buch endet mit der Einsicht von Narziss, dass Goldmund als weiserer und vollkommener Mensch stirbt, weil er wirklich gelebt hat. Klar ist, Narziss und Goldmund stehen symbolisch für die Dualität des Lebens. Geist und Körper, Kopf und Herz, Gelehrtheit und Selbsterfahrung, Reinheit und Verdorbenheit. Narziss lebt das Gott verschriebene Leben in Keuschheit und dem Streben nach geistlicher Vollkommenheit. Er lebt als Sklave Gottes, als demütiger Untertan, als gelehrter und reuiger Sünder. Goldmund, der dieses Leben als Fessel empfindet, bricht aus in die Wildnis, in der sich gleichsam seine Seele wohler fühlt. Er ist ein Sündiger, Weltenbummler, ein Trinker, ein Schläger. Er empfindet das Leben als Rausch und als Jagen nach dem kurzzeitigen Glück. In Narziss und Goldmund geht es auf konkreter Ebene um eine Freundschaft, auf abstrakter Ebene jedoch um die spirituelle Reise zweier Menschen. Diese Reise wird von Hesse in erster Linie am Beispiel Goldmunds dargestellt. Sein Bruch mit dem Kloster ist ein Bruch mit Gott, den er im Laufe seiner Reise mehrmals infrage stellt. Hier spielt insbesondere auch seine Erfahrung mit der Grausamkeit und der Hässlichkeit der Menschen, vor allem zu Zeiten der Pest, eine Rolle, die Goldmund an der Existenz Gottes immer wieder zweifeln lassen. Jedoch macht Hesse deutlich, dass die Figur Goldmunds dennoch auf der Suche nach seelischer Anbindung und Halt ist. In diesem Zusammenhang ist Goldmunds Residenz in der Bischofsstadt der wahre Kern der Erzählung und die Wende in Goldmunds spiritueller Entwicklung. In dieser Bischofsstadt betritt Goldmund eine Kirche und verliebt sich sofort in eine Marienabbildung. Er spürt plötzlich eine tiefe Beseeltheit und Demut und fragt sich, wer wohl in der Lage wäre, eine solch erhabene Gestalt zu formen. Auf der Suche nach dem Urheber der Abbildung wird er fündig und beginnt eine Lehre bei dem Künstler Meister Niklaus. Dieser erkennt trotz der mangelnden Erfahrung und der Ungestümtheit Goldmunds sein großes Talent. Goldmund verbringt eine längere Zeit bei ihm und lernt alles über die Holzverarbeitung, das Bildhauen, das Anfertigen von kunstvollen Skulpturen. Er beendet seine Lehre schließlich mit einem Meisterstück, das von seinem Meister Niklaus als großartiger eingeschätzt wird, als alles, wozu er je imstande gewesen wäre. Dieses Meisterstück ist in seiner Kraft und Reinheit ein idealisiertes Abbild seines Freundes Narziss. Goldmund erfährt im Anfertigen dieser Kunst also eine befreiende, katharsische Kraft, die ihm ermöglicht, ohne Gott, aber auch außerhalb der verderblichen, vergänglichen Welt, eine Art Transzendenz zu erfahren. Er gießt die Ideen seines inneren Auges in Kunst, Kunst, die das Hier und Jetzt übersteht und eine metaphysische Kraft besitzt. In diesem Zusammenhang erfährt Goldmund immer wieder seine innere Mutter, eine weibliche Kraft, eine Art Göttin. Diese innere Mutter sind seine Gespielenden, ist die Nacht, ist der Tag, ist die Mutter Erde. Goldmund verbindet sich über die Kunst mit dieser inneren Kraft, die ihn fortan durch das Leben trägt und ihn auch angesichts des Todes friedlich und zuversichtigt. stimmen lässt. Hesse spielt hier auf die transzendentale Kraft der Natur und der Kreativität an, auf die Mutter Erde als Gott der Erfahrung. Insofern ersetzt das Bewusstsein Goldmunds über seine Schöpferkraft die Notwendigkeit eines Schöpfers und damit spielt Hesse natürlich auf das klassische Erkenne dich selbst an, dass die wahre Kraft und Heiligkeit in uns Menschen und in der Natur selbst liegen. Goldmund, der seinen Freund Narziss sein Leben lang bewundert und zu ihm aufgeschaut hat, wirkt am Ende seines Lebens als der Reifere, der vollkommenere Mensch, der im Frieden mit sich und seinem Leben seinen Tod ins Auge blicken kann. Narziss, so impliziert Hesse gegen Ende klar, erkennt dies beim Tod Goldmunds und muss sich eingestehen, dass sein hingebungsvolles Leben, welches nur Gott gewidmet war, ein Leben ohne weltliche Erfahrungen war, ohne Leidenschaft und ohne die notwendigen Widersprüche und Brüche, die ihm Goldmund schließlich voraus hat. Wenn man so will, ist dies auch der größere Deutungszusammenhang des Buches und Hesse's Erzählung ist schließlich auch ein Plädoyer für dieses Leben Goldmunds, was er dem Leben von Narziss vorzieht. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass auch eine andere Deutung des Werkes möglich ist. Schließlich ist es die geistliche, heilige und christliche Kunst, in welcher Goldmund seine Bestimmung erkennt und die ihn zur Erfüllung bringt. Es ist also durchaus die Erhabenheit des christlich-göttlichen, die erst imstande ist, den Menschen vollkommen zu machen, sodass auch hier wieder ein zweideutiges Fazit möglich ist, die Gott und die Christenheit stark aufwertet. In diesem Zusammenhang ist es eben bezeichnend, dass es eine Marienfigur ist, die Goldmunds Lebensreise maßgeblich prägt, ihre Reinheit, ihre sündenfreie Schönheit und Erhabenheit, die nur vor dem Hintergrund eines göttlichen, absoluten Geistes Bestand hat. Hesse, so würde ich behaupten, bietet innerhalb dieses Deutungsrahmens jedoch die Möglichkeit, dieses Pantheismus, der Esoterik und der Naturerfahrung als ebenso legitime Form der Transzendenz an, die aus Hesses Sicht mehr im Einklang mit einem vitalen, nach Erfahrungen dürstenden Menschen wie Goldmund steht. Zum Abschluss noch zwei Hinweise. Hesse ist einer der großen pantheistischen Autoren und die Naturerfahrung und Transzendenz sind ein Kernthema seiner Werke. Durch seine Veröffentlichungen machte er sich einen Namen als freigeistiger Autor, der Jahre später in der amerikanischen Hippie-Szene und Counterculture nochmal breit rezipiert wurde. Darüber hinaus ist sein buddhistisches Werk Siddhartha, weltweit bekannt und brachte den Buddhismus in Europa vielen Menschen näher. Noch zwei Fun Facts. Dieses Kloster, was im Roman in Maria Bronn steht, steht für das Kloster Maulbronn, in welchem Hesse selbst zur Schule gegangen ist. Und diese Bischofsstadt steht laut den Hinweisen des Buches wohl für die Stadt Würzburg. Dazu kann man auch sehr interessante Sachen auf Wikipedia lesen. Zum Beispiel steht auch die Kirche mit dieser Marienfigur, die Goldmund entdeckt, wirklich in Würzburg und lässt sich heute noch dort anschauen. Ich denke, durch meine lange Analyse ist bereits deutlich geworden, ich habe Narziss und Goldmund wahrlich verschlungen. Es ist ein absolut großartiges Meisterwerk mit einer wundervollen Sprache und Handlung und tiefgreifenden Emotionen und Erkenntnissen gespickt. Ich kann das Buch nur jedem empfehlen. Es hat mich tief beeindruckt und ich werde es wohl niemals vergessen. So, das war's dann wohl heute mal von mir in einer zugegebenen, zugegeben längeren Ausgabe von Aaron liest. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut gerne mal wieder auf dem Kanal vorbei. Ich bespreche hier regelmäßig allerlei Bücher. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Aaron liest. Tschüss!